Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Nimm hier noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Na, Stefan, wie findest du meine Osterdeko? Die Schokohasen sind ein schöner Anblick. Weil sie ein baldiges Ende des Winters verkünden? Nee, dann kannst du denen wenigstens ein Ohr abkauen. Nicht lustig. Einmal die vier und haben sie die DVD kein Ohrhasen? Ist das eine Verschwörung? Was? Momentchen mal bitte. Stefan, wenn meine sechs Katzen nicht wären, hätte ich ein süßes Kuschelkaninchen. Gute Idee. Wieso? Dann siehst du endlich mal, wie der Hase läuft. Äh, also Hasen müssen übrigens nagen. Würden sie das nicht tun, wären deren Zähne nach einem Jahr 1,50 Meter lang? Oh Gott, dann möchte ich doch lieber keinen. Anke, wenn du den Kugelscheißer so behandelst wie deine Kunden, mach ich mir keine Sorgen. Wieso? Dann kann er doch am Hungertuch nagen. Oh, nach 93 Euro sammeln sie Schmunzelhasenpunkte, haben sie eine Goldhasenkart oder sind sie im Tommy Haas Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke in der FFA Morning Show mit Daniel und Julia.